Ja, der hat schon gelbe Federn. Machen wir nicht so lange, dass man das Video schippen kann. Guck mal, was ist denn da? 16 Minuten. Echt? Ich weiß wie eine Krankheit, die man ja auch nicht angegeben kann. Ich weiß nicht, ob ich das Video schippen kann. Wenn sie nicht fütter werden, den kann man so schleimen, wo ich nicht spritze. Ach, okay. Ich weiß nicht, ob ich das Video schippen kann. Vielleicht brauchen wir eben noch einen Zusatzpunkt, das können wir ein. Oder wenn wir mit dem Wasser, dann werden wir mit dem Wasser. Das können wir noch ein Glück, im Internet. Das Küken will immer unten drunter, unter den drei Eiern. Das ist ja cool. Zack, und jetzt ist es drunter. Unter den Schützen am Mantel der Mutter. Nee, des Papas. Das ist die Mama. Das ist der Papa. Das ist der Papa. Mensch, und ich wollte den Käfig hören. Aber wenigstens noch die Ecke da raus. Und da können wir gar nicht ran jetzt. Hier kann sie ja rein. Irgendwann, du machst nur Video. Wieso? Okay. Here. Ja. Vielen Dank.